Herzlich Willkommen zurück zum weiteren YouTube-Video auf unserem Kanal sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und dann auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video laden. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. 90 Glock! So Leute, wir sind in Rush raus, ich öffne direkt meine Freebox. Ich weiße beide halt. Ich habe den Laser bekommen daraus. Was für den Laser? Den Rade ich mal ab. 400, das passt ja. Ich habe mal eben hier das Gold abholen und dann ein... Wie kann man denn, wie viel kann man denn da hinpläsen? Fünf Stück auf einmal. Fünf Stück auf einmal? Ja. Und danach? Zählt das eigentlich zu Armeen oder nicht? Das ist doch, ja. Oh, okay. Kann man hier rüber? Könnte ich da rüber? Naja. Äh, jetzt kann ich aber sonst nichts mehr machen, ne? Nö. Hat er, ich habe ja noch... Moment, warte mal. So, ich kann die da durch? Ja, gleich? Nö, glaube ich nicht, ne? Das muss weg. Ja. Das muss weg. Clear. Und das muss weg. Clear. Und das muss weg. Und das muss weg. Clear. Und dann denke ich mal, könnte das eine etwas schmerzhafte Erfahrung sein. So, hier so? Dann... So, oh, das ist es so gemein eigentlich. Okay, safe and go home. Mal gucken, was passiert. Das ist ja gemacht. Ja, ich habe ziemlich viele Wände gesetzt. Und dann? Und ich denke, die können echt wehtun. Sondern so, weil die nicht so wirklich dann vorbeikommen werden. Ja, ich weiß nicht, ob die über das Wasser wie... Ja, okay. Das ist genauso gemacht? Ähnlich, ähnlich. Ich habe nur eine Stelle freigelassen und da sind Tonnen. In der Hoffnung, dass wenn sie da versuchen, vorbeizulaufen, dass sie dann die Tonnen abbekommen. Last Squad Attack. Zube, wir haben wieder unser Commander. Ja, wir haben unseren Commander für ein Match. Juhu, für ein Match haben wir unseren Commander. Das hat wir haben denn für zwei Matches. Also ich hatte den Versuch. Du glaubst, du hast den für zwei Matches? Ich glaube nicht daran. Ich glaube, da steht noch mal für ein Match. Jetzt, wo ich die... Wo ich da so wäre, wo ich da so wäre, wo ich hier habe angegriffen habe. Nicht der Verein Match. Ich glaube auch, dass meiner nur für ein einziges Match ausreichend sein wird. Und danach ist der auch schon wieder weg. Juhu, für den Rest dieser Folge. Ich bin mal in den Spelling gegangen. Ich meine, mein Commander hat es geschafft. Ohne, 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 ohne was zu verlieren. Sollte ich bringen, das ist der im Kanal. Sollte ich bringen, so als hier kann abgegradet werden. Hier wird abgegradet. Welche Level bist du bei hier? Kann ich jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Okay, das ist gut. Bitte heil den wieder hoch. Heil den hoch, heil den hoch, heil den hoch. Nein, das reicht nicht ganz. Nein. Nein, ich habe es zu früh gemacht. Oh, Mann. Mein Commander ist jetzt schon wieder weg. Das ist so verdient. Warum habe ich das verdient? Warum habe ich das verdient? Das ist mein Commander ist weg. Oh, mein Gott. Für wie lange? Drei Minuten. Oh, mein Gott. Echt schlimm. Schrecklich ist das. Schrecklich. Was macht ihr denn? Ganz, ganz schrecklich. So. Guck mal, guck mal. 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 Ha, 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 ha. Das zum Thema, das hätte ich so verdient. Ist da sonst noch irgendwas? Da habe ich aber, eh? Jetzt check ich gerade gar nichts, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir einfach mal da oben an. Da werde ich schon irgendwie durchkommen. Auf geht's, Start. Nein, wo läuft der Lahn? Wo, 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 wo lauft ihr Lahn? Das ist das Einzige, was er gleich sagt. Was macht ihr? Ja, guck mal, die Laufenden laufen es wieder zurück, die Idioten. Das kann doch nicht so wenigstens einstellen. greift das ding mal an soja super toll prima habt ihr das gemacht ich krieg 23 sterne alter erst laufen sie hier rein und dann denken sie sich ja und dann denken sie sich auch ich laufe jetzt doch in die andere richtung und dann laufen sie wieder zurück das kann ich war sein ich habe drei geholt ich habe jetzt noch drei glaube ich habe hier was soll das ich kann die wars upgrade jetzt ganz kurz reingucken wieder gespielt hat oder hat er versucht rein zu kommen der hat drei ninjas ach so wolltest du das machen und jetzt ist feierabend mein freund ok aber es ist gut damit durchgekommen schlawine ja das war es dann aber auch schon der kann es gibt mal jemand der kann die gettling ist so schlechter genieger muss erst mal schild wegschießen und stoppen noch mal dann fängt es noch mal ein kindling ist so schlecht der commander immer noch eine minute das ist glaube ich ganz gut das werde ich mir auch den welchen vornehmen den werde ich mir vornehmen soll ich zerstören das wollen das treuen das muss der leser damit ja der leser ist jetzt schon da wieso setzt er ihn wieso setzt er diesen hielt bell was ist denn heute mit diesem gerät los was soll das wenn wir den spiel eigentlich verspielen kann noch holen was das so ja sehr gut warum er gleich los victory so die nächsten und weiter geht's jetzt habe ich mein commander wieder ich habe meinen kommande wieder ich habe auch drei sterne bis jetzt immer drei sterne ich wollte das tun weiß ich jetzt kommt gar nicht so genau gerade moment ist so wirklich sagen so jetzt schauen kannst du mir nicht sagen gerade nicht nicht so möglich ich glaube mein commander könnte unter umständen wenn er nicht jetzt gerade die er kriegt natürlich die rocket ab ich krieg zu viel gerade er stellt sich aber auch direkt nach vorn und kassiert die rocket ich check das nicht 78 habe ich kassiert 78 gold für dieses mensch und noch eine neue box 53 shields haben wir schon gesagt jetzt habe ich das gesagt ja okay so tag 9 minuten jetzt hat es aber ganz schön zerbrezelt bei mir ist mein kommander komplett tot entspannlich das ist echt nicht zu glauben nicht zu glauben ich finde das gleich schön was denn was denn was denn dass deiner tod ist es wundert mich nicht bei dem anführer da so ja sofort bitte geht dann aus der natur wieso gehst du auf die gats warum machst du das da kann ich mir sogar den den hielst bell kann ich mir sogar sparen so wie das aussieht ja weil er hat es so doof gestellt dann kriege sogar noch die 20 gold ja drei sterne plus noch mal den 20 gold bonus hast du schon jetzt kriegt man was abgezogen wenn wenn noch was steht ja scheinbar wie viel kiesel noch noch zwei noch zwei man kriegt scheinbar was abgezogen wenn tatsächlich noch was übrig ist was ist nicht nur ich habe mich jemand gefreut weil ich an dem da unten vorbeigekommen bin dann denke ich irgendwie ist es auch immer manchmal einfach so wenig bekommen ja hier kriegt man sowieso wenig weil er hat nur 444 bei der ok das sieht verdammt gut aus weil das sieht verdammt einfach aus irgendwie also so habe ich den eindruck schauen wir mal habe ich auch was übersehen hat er nur die paar armeen da ist nicht viel jetzt muss ich noch ein key ich wollte drei stelle hat ein bömmchen da kann ich mir das auch sparen eigentlich also normalerweise müsste das auch so funktionieren also wie viele aufpassen macht das ding damit jetzt ich musste ich musste jetzt heilen weil sonst schaffe ich es nicht okay nicht voll auf den boden muss eigentlich ja natürlich 78 habe ich kassiert 78 gold ich müsste jetzt im minuer verdammt gehen rarebox wenn es noch 1500 6 gold habe ich jetzt eine bombe du hast noch ein bei mir ist ich hab's geschafft du bist schon wieder komplett durch wir haben es nach 12 minuten rekord wort wieso bist du so schnell obwohl manche matches mit nicht mal drei sternen schafft hast du weil ihr vorher dann kaputt bist kommen wieso wir haben es jetzt nur eine epic gezogen eine epic kiste gehabt ja eine einzige das ist das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht aber ich nein da gibt es ja auch nichts da gibt es gar nichts warum sollte ich das machen 15 15 15 das sieht schon besser aus das werde ich mir auch die menschen auch vornehmen ja das machen wir das sollte eigentlich auch ganz gut funktionieren gucken wir mal was passiert wenn ich jetzt erst mal diesen ganzen ja so mein gott jetzt wird es eng einer in einer macht das ding warum marschierst du nicht einfach direkt nach vorne mach noch den einschuss danke so warum marschiert er nicht einfach nach vorne manchmal ist echt ja das ist nicht gerade sehr intelligent ich war der weiß eigentlich oder er müsste eigentlich wissen dass man das ist das erste mensch wo ich jetzt nur zwei sterne geholt habe ich glaube schlecht da gibt es gar nichts zu holen hier gibt es nur 4 4 4 lohnt sich auch nicht ich will wieder was gutes haben da gibt es auch wieder nichts zu holen ist das warum geht mir gar nicht und da 15 15 15 15 und ich denke das ist eine harte nuss hier aber müsste machbar sein mit heilen und so wenn er die wenn die die erste attacke überstehen dann ist alles gut ja und jetzt ist alles von denen da oben sind ja auch noch welche oh mein gott ja aber so viele sind das nicht das müsste trotzdem easy für meine leute sein jetzt noch die paar da und dann sind die auch da und bem und gut und fertig und es gibt jetzt drei sterne und das bringt noch ein bisschen schotter hier 45 gold drei sterne flawless victory nächste box eine common box schon wieder große 3 die walls kann ich jetzt upgraden und den sneaky ninja könnte ich auch lesen gold warum ist noch gold ja die müsste ich upgraden die troopers kann ich denn das eigentlich so schlecht ist okay wir sagen ich mal noch dass man kann für zählen machen wir sagen das was von dem video ja weil der kommt das ist schon auch in der was passiert denn eigentlich hier oben wenn man da weiter auf levelt was hier oben mit diesem 6 ich kann ja wenn ich wenig sachen hochlevel hier upgrade dann kriege ich hier oben ja punkte bei diesem level was passiert bei dem level darum weil es eine sehr die sterne das ist ja dieser league prozent und da rathaus upgrade und so ach so das ist für das rathaus xp 8 erst ab xp 8 geht es ins nächste level also wie viel schön hast du 528 48 ein bisschen jetzt wird es eng zur erklärung wir machen tagsüber nichts wir machen das nur einmal am tag deswegen 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 hat es mich auch gebunden also ich verstehe ich nicht wie du so nahmisch angekommen bist in den aufnahmen einfach nur die trugen zusammen ja wenn dort gar nicht geht was ja du hast jetzt extra schnell gemacht damit du dann nochmal extra spielen machen kannst ja 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 ich wollte mich einfach ein bisschen von die entfernten ja 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 wir haben es euch gefallen lassen das war es mich nur noch zehn stück unterschied 15 glaube ich war uns 15 bist du hast du mir drauf geguckt wir hatten wir das letzte mal gesagt jetzt ist mir gerne dann noch ein bisschen hat rein und